Armand! Armand, ich bin gekommen, um dich zu befreien. Beeilen wir uns! Marie-Antoinette! Nadine, bitte verzeih deiner Schwester. Meiner Schwester? Armand, wie soll ich das verstehen? Willst du damit sagen, dass... Du hast richtig verstanden. Die Königin ist deine Schwester. Armand! Armand, wie könntest du nur... Es ist wahr. Nadine, zeige dein Gesicht. Leg diese Maske ab. Ich bitte dich. Ich verstehe, wie überrascht du sei.